Im Gegensatz zu manch anderen Regionen in Deutschland war das Jahr 2021 für die Imker in Mecklenburg-Vorpommern sehr erfolgreich. Jetzt, da die Temperaturen phasenweise wieder über 10 Grad Celsius steigen, beginnen die Bienen wieder auszufliegen. So hat auch für die Imker eine neue Saison begonnen. Stefan Potratz erntet Honig von bis zu 13 Bienenvölkern. Dabei war es einst die Lust auf Kirschen, die zur ersten Bienenbeute führte. Ich hatte einen großen Kirschbaum und der hat so geblüht im Frühjahr. Aber wir hatten keine Kirschen dran. Da habe ich gesagt, mit meinem Onkel was nehmen wir? Hummeln sind gute Bestäuber, aber die kann man so schlecht holen. Ach, Bienen. Und dann bin ich zum Imker-Verein gegangen, habe gefragt, ob die mir nicht einfach einen Kasten Bienen hinstellen können. Die sagten aber, ach, das ist so viel Aufwand. Ich habe erst gedacht, das ist ja gar nicht viel Aufwand. Und bis ich dann selber gesehen habe, ja, ist doch schon ganz schön viel Aufwand für ein Volk. Und deswegen hat sich das jetzt auch gesteigert mit den Bienen. Dass man ein Volk, am besten man hält drei Völker, weil immer Winterverluste da sind. Aus den drei Völkern wurden schließlich fünf, sechs, sieben. Bei 13 soll nun Schluss sein. Vom Kirschenfreund zum Hobbyimker. Stefan Potratz ist nun einer von über 100.000, die sich deutschlandweit in ihrer Freizeit der Honigernte widmen. Der gelernte Bäcker hat jüngst zum Eisproduzenten umgesattelt, die sechs Tage Woche in der Backstube hinter sich gelassen. Seine Zeit außerhalb der Arbeit verbringt er damals wie heute am liebsten im Garten, bei den Bienen. Das Imkern gibt mir Ruhe, dass ich auch selber runterkomme, weil ich habe sonst früher viel gearbeitet als Bäcker. Und das war zur Entspannung für mich. Deswegen bin ich auch dabei geblieben. Stefan Potratz hält seine Bienenvölker inmitten einer Kleingartenanlage. Ärger mit den Nachbarn muss er nicht fürchten. Schließlich schätzen auch sie die Bestäubungsdienste der fleißigen Bienchen. Jetzt, zu Beginn des Frühjahres, tummeln sich zwischen 5.000 und 10.000 Tiere in einem Kasten. Im Sommer wachsen die Völker auf bis zu 50.000 Individuen an. Mit einem reichhaltigen Nahrungsangebot bietet Stefan seinen Bienen beste Bedingungen. Und man kann ihn dabei sogar als Bienenpate unterstützen. Für 50 Euro im Jahr gibt es 10 Quadratmeter Blühwiese für die Bienen und 7 Gläser Honig für den Bienenpaten. Darüber hinaus kann man sein Patenvolk beim Wachsen und Gedeihen beobachten. Man kann sich selber ein Bienenschild gestalten, ausmalen die Kinder oder am PC erstellen. Das wird dann an die Bienen herangemacht. Dann mache ich davon ein Foto, wie die Bienen auch davor sind. Und dann gibt es auch noch eine Urkunde. Und das beinhaltet die Bienenpatenschaft. Wer Interesse an einer Bienenpatenschaft oder einem Glas Honig hat, findet Stefans Hobby-Imkerei auf Facebook, auf Instagram oder direkt am Verkaufsstand. Das nächste Mal auf dem Familienfest der Neuwoges am 24. April an der hintersten Mühle.